Systemrelevante Jobs. Was ist das eigentlich? Wer gehört dazu? Welche Unternehmen gehören dazu? Guten Tag, mein Name ist Alexander Bredereck. Ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht und wir sind im Bereich Corona in unserer ständig fortentwickelten Serie. Wir machen zurzeit zwei Videos am Tag. Die werden nicht immer genau am selben Tag ausgestrahlt, weil wir manchmal ganz aktuelle Entwicklungen vorziehen. Aber wir werden alle Themen nach und nach beleuchten. Soweit sie juristisch mit dem Thema Corona zusammenhängen, Schwerpunkte wie immer bei mir, Arbeitsrecht. Es kommt demnächst noch was zum Mietrecht und aktuell, ich mache jetzt so eine Verpflichtungserklärung, ich werde auch jeden Tag aktuell kurze Statements auf TikTok und Instagram machen. Mein Kollege Janik Hessel, den kennen Sie ja von unserem Livestream, der liegt mir da schon lange in den Ohren. Ich sage immer, warum sollen wir das machen? Janik, er sagt, er weiß alle machen. Okay, dann müssen wir das auch machen. Und wir können natürlich ein bisschen aktueller reagieren. Ich konnte bloß in den letzten Tagen damit nicht so richtig loslegen, weil wir hier einfach wahnsinnig viel noch zu organisieren hatten im Zusammenhang mit unserer eigenen Umstellung auf Homeoffice. Die Firewall bei uns war kurz zusammengebrochen, jetzt geht sie wieder und die VPNs mussten eingerichtet werden, neu installiert werden und so weiter. Das hat Auswirkungen auf alle gehabt. Wir hatten zeitweise kein Internet, also es war jetzt wirklich ein hartes Arbeiten die letzten Tage. Aber jetzt werde ich also, deswegen sage ich es nochmal öffentlich, ich werde es jetzt machen und damit verpflichte ich mich quasi vor mir selbst. Ich brauche ja, wie die meisten Leute auch immer, einen gewissen Druck. Früher habe ich immer gesagt, ein Video am Tag, das war ja noch fast gemütlich gegen heute. Jetzt machen wir zwei. So, das zur Vorrede. Jetzt geht es los mit systemrelevanten Jobs. Und da muss man erst mal Folgendes wissen. Im Moment spielt das vor allen Dingen eine Rolle bei der Frage der Kita-Betreuung. In diesen Jobs, in diesen Bereichen wird eine Notbetreuung eingerichtet und angeboten und das wird im Wesentlichen auch schon laufen. Wir haben ja, wie von mir schon öfter, an dieser Stelle nicht grundsätzlich wohlgemerkt nochmal, aber an der Stelle hier infektionsschutzgescholtene, zersplitterte Struktur, dass sozusagen in den einzelnen Ländern unterschiedliche Regelungen gelten, in den einzelnen Kommunen Sonderregelungen. Das ist, kann ich nach wie vor nur sagen, extrem doof und auch wenn es irgendwelche Vorteile haben sollte, juristisch gesehen hat es keine. Allein schon, sie merken, dass diese Informationsflut, die auf sie einwirkt jetzt und dann kann man auch immer nichts Genaues sagen. Das ist genau das Problem bei den Fragen systemrelevante Jobs. Jedes Bundesland macht es wieder ein bisschen anders. Ich nehme ein Beispiel Rechtsanwälte. Ich habe uns in einzelnen Bereichen entdeckt, woanders dann wieder nicht. Ich will mal so grob nach dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI-Gesetz, für das gibt es extra ein Gesetz. Und die haben so eine, wie ich finde, ganz sinnvolle Struktur für die kritische Infrastruktur entwickelt. Und daran werden sich meiner Meinung nach vermutlich die meisten Länder anlegen. Das kann übrigens ganz schnell noch extrem relevant für alle werden. Nicht, dass einer jetzt abschaltet und sagt, ach, das interessiert mich nicht. Weil, wenn wir jetzt die Ausgangssperren bekommen, in Bayern gibt es die ja schon in einer Kommune, werden die wahrscheinlich auch, was die Ausnahmegenehmigung betrifft, sich irgendwie dort anlehnen. Und da wird es eine Menge Chaos natürlich geben am Anfang. Deswegen gucken wir uns die mal hier heute im Video kurz an. Und Sie können selber überlegen, inwieweit Ihr Job vielleicht dazugehört. Das ist zum einen der gesamte Bereich Energie. Das ist extrem wichtig, weil wir alle wissen, wenn Energie nicht läuft, dann funktioniert ganz, ganz vieles nicht mehr. Unter anderem ja auch nicht mehr unser hochgeliebtes, hochgeschätztes und gar in diesen Tagen extrem wichtiges Internet. Also, wenn wir jetzt die Folgen der Globalisierung schmerzlich spüren, also die negativen Folgen, muss man wenigstens die Vorteile nutzen können. Sonst wird der Kampf ungleich. Deswegen ist Energie wirklich extrem wichtig. Auch noch wegen anderer Dinge heizen, könnte man sagen. Na gut, langsam wird es warm draußen. Aber jetzt, die nächsten Tage kommen ja auch nochmal Frosttemperaturen nachts. Also, zumindest hier in unserer Region. Das ist Energie, brauchen wir nicht drüber reden. Alles, was Strom, Heizung und so weiter versorgt, gehört dazu. Entstörungsdienste, Netzdienste, Netzbetreiber, Mitarbeiter. Die sind immer dann die entsprechenden Mitarbeiter dieser Firmen. Diese Jobs sind systemrelevant in jedem Fall. Da wird es auch keine Frage geben. Dasselbe bei Wasser. Ich hatte vor einer Zeit in diesem vor zwei Jahren entwickelten Katastrophenszenarioplan für damals SARS von der Bundesregierung. Und mir das mal in Ruhe angeguckt. Auch mal so zu gucken, was für Einschränkungen drohen denn wirklich. Ja, um mich da auch ein bisschen vorzubereiten. Klopapier stand da nicht drin. Aber noch eine gute Nachricht. Auch Wasser nicht. Also man rechnet in solchen Fällen wie diesen viralen Geschichten hier. Virusviral sagt man da auch viral zu. Ich bin schon der Massen online verseucht. Also jedenfalls, wenn es um Virusbekämpfung, Pandemiebekämpfung geht, sagen wir es mal so. Dann ist Wasser keine Not. Also alle, die sich jetzt irgendwie mit riesigen Haufen Plastivwasser eingedeckt haben, können auch die Blumen mitgießen oder auch noch aufheben natürlich, klar. Ja, aber da ist keine Not. Deswegen habe ich auch meiner Frau gesagt, ich schleppe die Kästen nicht. Vergiss es. Ja, also es gibt keine Not, weil selbst, also die haben das immer so für diese einzelnen Szenarien so unterschiedlich strukturiert, wie gefährdet die einzelne Infrastruktur ist und Wasser gar nicht. Null. Ja, und andere schon. Auch die Versorgungslage kann kurzzeitig gefährdet sein, tatsächlich. Ja, also wer für eine Woche Knäckebrot eingekauft hat, der hat jetzt nichts falsch gemacht. Ja, aber bei Wasser war keinerlei ein Zeichen, dass da ein Problem besteht. Also bevor Sie jetzt die ganzen Sachen schleppen müssen, liebe Leidensgenossen, zeigen Sie Ihrer Frau diesen Ausschnitt vom Video oder finden Sie schnell ab und dann Wasser gibt es kein Problem. Ja, die Quelle liefere ich nochmal nach, weil ich über das Ding generell nochmal berichten werde, nur nicht jetzt in diesem Video. Dann das Thema Ernährung, Hygiene. Da ist es so, hatte ich ja eben schon gesagt, da könnten ein bisschen Engpässe phasenweise sein, haben wir ja jetzt schon durch Hamsterkäufe. Überall wird gesagt, kauf kein Klopapier, Leute. Hamstert nicht das Klopapier. Naja, wer sich rechtzeitig eingedeckt hat, hat jetzt welches, sage ich nur mal. Ich wollte für die Kanzlei jetzt nochmal ein paar Rollen holen. Also momentan gibt es keins. Also jedenfalls nicht hier in den Läden, in denen ich war. Ja, und Sie wissen jetzt auch wahrscheinlich oder ahnen, dass ich im Moment natürlich auch keine Zeit habe, hier durch die Gegend zu fahren und jetzt nach Klopapier zu suchen. Ja, aber es gibt ja andere Möglichkeiten, wenn es eng wird. So, also Ernährung, Energie, Ernährung, Hygiene. Also diese ganzen Sachen, Rossmann und so weiter, die ganzen Lebensmittelketten, Rossmann, Dussmann, nee, nicht Dussmann, Dorspa, nee, wie heißt der andere? Sie merken, meine Frau geht da immer hin. DM, ja, Rossmann, DM, so das wird wahrscheinlich alles aufplanen und auch die Mitarbeiter werden irgendwie weiter hingehen. Und die gesamten Lebensmittelketten auch. Ja, das brauchen wir. Dann der ganze Bereich Informationstechnik und Telekommunikation. Extrem wichtig, wenn da irgendwas schiefläuft, dann wir irgendwie nicht mehr telefonieren können. Natürlich, da entsteht Panik, ja, da entsteht schnell Panik. Das heißt, das wird sicher auch alles, was da irgendwie mit zusammenhängt, wird aufrechterhalten. Finanz und Gesundheit natürlich, ganz, ganz klar in dem Fall, sicher sehr weit oben. Alles, was irgendwie mit Krankenhaus, Rettungsdienst, Pflege auch, ja, also in der Pflege sind ja Menschen, die selber nicht mehr für sich sorgen können. Und Medizinprodukte, Apotheken, Labore und so weiter. Das wird alles aufbleiben und mit Sondergenehmung versehen werden. Dann Finanz- und Wirtschaftswesen, Bargeldversorgung. Also da kann ich nur sagen, ich sage jetzt keine Bank, weil ich hier nicht nachher noch irgendwelchen Ärger kriegen will. Aber mein Vater hat gestern bei seiner Bank bei zwei Filialen versucht, Geld zu bekommen. Beide Filialen zu, Automaten kein Geld. Obwohl da überall auf der Internetseite steht, ja, die werden weiter bedient, die Automaten, war das nicht der Fall. Ja, ein bisschen Bargeld zu Hause zu haben, schafft vielleicht nichts. Dann der ganze, also Wirtschaftswesen, klar, da ist insbesondere der ganze Bereich auch gemeint. Also Finanzen, die Banken, Sparkassen und so weiter und Wirtschaftswesen, das ist auch das Ganze gemeint wie Agentur für Arbeit und so weiter, Jobcenter. Die werden weiter arbeiten. Und dass die jetzt keinen Kundenbetrieb mehr machen, ist ja sehr sinnvoll, aber die werden weiter irgendwie ihre Dienste aufrechterhalten. Zumindest nach den Plänen. Wenn ja die Mitarbeiter alle zu Hause bleiben, nicht arbeiten oder so, weiß man natürlich alles nicht. Ja, dann Medien. Ach, ich bin es immer zu schnell hier, das ist so klein gedruckt. Also Transport und Verkehr, kritische Infrastruktur ist auch klar, wobei es da erhebliche Einschränkungen geben wird. Das ist auch sinnvoll. Man wird sich hier wahrscheinlich im Wesentlichen auf den Transport und den Verkehr der Menschen aus der kritischen Infrastruktur konzentrieren, also der Leute, die sozusagen Genehmigungen haben und natürlich des Waren- und Güterverkehrs, damit wir auch versorgt werden. Medien, ganz wichtig. Da hoffe ich auch hier, dass wir eben weitermachen können. Es ist ja ein bisschen kritisch im Moment mit teilweise merkwürdigen Berichterstattungen. Und natürlich kommen alle Verschwörungstheoretiker jetzt aus ihren Stuben raus. Bevor hier irgendwas losgeht, einer hat auch geschrieben, Brederik hat Corona. Ey, ich hatte eine normale Männergrippe. Und die Quarantäne meiner Familie, dass ich die sozusagen extra gesperrt habe, liegt daran, ich halte hier den Betrieb aufrecht. Und ich möchte nicht über meine Mitarbeiter, die ja noch immer wieder reinschneiden und hier die anderen Situationen, die wir hier noch vor Ort haben, Post und so weiter, da möchte ich noch eine Zwischenstation zu meiner Familie einbauen. Ja, also das hat absolut nichts damit zu tun, dass ich Corona habe. Ich bin in keiner starken verordneten Quarantäne und ich habe auch kein Corona. Also alle, man ist ja immer panisch, ja, alle Merkmale abgecheckt. Ja, ich habe nichts ein bisschen überarbeitet und der Rest ist so eine Erkältung gewesen. Ja, die stecke auch noch ein bisschen in mir. Ein bisschen zähes Ding, auch ein bisschen mit Husten, aber alles andere von Corona habe ich nicht. So, weiter. Staatliche Verwaltung, Bund, Land, Kommunen. Das Ganze rundum in großes Ziel, der ganze Betrieb findet weiter statt. Gesetzgebung, Parlament und so weiter. Feuerwehr, Polizei, Katastrophenschutz, Justizvollzug. An der Stelle, ich vermisse hier tatsächlich Rechtsanwälte und Gerichte. Also ich habe die aber in den Einzelverfügungen und Sachen da schon gesehen. Also ich würde jetzt, wenn ich denn wollte, wohl mein Kind als Rechtsanwalt weiter in der Kita unterbekommen. Und ich gehe auch davon aus, wenn wir eine Ausgangssperre bekommen, dass ich ausgenommen, also eine Ausnahmegenehmigung habe um meine Mitarbeiter derzeit. Ja, es findet sich aber in dem Bereich kritische Infrastruktur nach dem Gesetz so nicht. Wird man sehen, ob es vielleicht auch lokal wieder unterschiedlich ist. Ich habe ja mehrfach kritisiert, die völlig verantwortlichen Umgang der Gerichte, der einzelnen Gerichte. Man kann man nicht immer nur auf oben warten. Da muss auch ein Richter mal, sag ich mal, den Arsch in der Hose haben und seinen Laden dicht machen. Termine verlegen. Ja, also ich verstehe das nicht. Juristen sind auch sonst immer so besonnen. Ja, und in dem Fall haben wir diese ganzen Verteilstellen immer noch aufrechterhalten. Wir haben immer noch Gerichte, die den Gong nicht gehört haben, die nimmer noch terminiert haben. Also wirklich, da muss man sich doch über Otto-Normalverbraucher nicht mehr wundern. Also ich wundere mich da nicht mehr. Ich kann auch keinem sauer sein, der jetzt gestern auf die Wiese geht. Klar ist das Blöde. Klar bin ich sauer. Aber wenn ich dann sehe, dass die Gerichte noch agieren, dann fehlt mir wirklich jedwetes Verständnis. Vor allen Dingen in den Fällen, wo es wirklich um Geld geht. Ja, also in meinen Bereichen geht es letztendlich. Klar, Kündigungsschutz und so weiter, aber es geht immer um Geld. Es ist nichts, was jetzt, Geld verlieren wir alle im Moment. Ja, also Geld verlieren wir an jeder Stelle, weil die meisten können nicht arbeiten. Gut, ich vielleicht nicht. Ja, wir haben hier die Kanzlei, Kündigungsschutz. Ich denke, das wird irgendwann losgehen. Ja, aber doch sehr viele verlieren im Moment Geld. Und also das ist für mich kein Thema eigentlich. Ja, die Gerichte hätte ich längst zugemacht, die Zivilgerichte. Bei den Strafgerichten ist es ein bisschen anders. Da gab es gestern eine nette Anekdote. Da mache ich aber ein besonderes Video zu. Da haben nämlich Anwälte den Richter wegen Versuch der schweren Körperverletzungen angezeigt. Aber so ein ganzes Thema Strafbarkeit kommt ein extra Video, wo ich das nochmal als Aufhänger nehme. Dann der ganze Bereich Schulen, Kinder, Jugendhilfe, Behindertenhilfe. Da allerdings, das wissen Sie ja schon mit den Einschränkungen insoweit, als eben Notbetreuung für die systemrelevanten Mitarbeiter, also für die Mitarbeiter in den systemrelevanten Jobs einrichtet werden. Die Kinder müssen ja irgendwie betreut werden, sonst können die nicht arbeiten. Die Virologen haben ja dringend davor gewarnt, dass man hier neue Kreise bildet. Also die sollten möglichst in den bestehenden Einrichtungen einfach im Notbetrieb weiter betreut werden. Aber ich glaube auch, dass das funktioniert. Jedenfalls besser als manches andere. Das wären jetzt so die Bereiche, die hier aufgrund dieser Liste mir am wahrscheinlichsten erscheinen, dass wir dort Ausnahmegenehmigungen haben. Sowohl jetzt in der Kinderbetreuung als dann eben auch, wenn wir flächendeckende Ausgangssperren bekommen. Warum Spanien hat seit Montag eine landesweite Ausgangssperre, die anderen Länder ziehen nach? Ich verstehe nicht, warum diese Bundesregierung das nicht macht einfach. Sie sollen es einfach verhängen. Und ob wir jetzt in die Länder zuständig sind, die Kommunen oder sonst was, dann soll der Gesetzgeber es an sich reißen. Ja, ich glaube, wir können Ihnen ein Virus mit sehr freundlichen und schönen Reden der Bundeskanzlerin nicht bekämpfen. Ja, ich habe gestern mir angehört, habe ich mir ausgemacht. Wir brauchen Maßnahmen und zwar voll in der Art. Die Menschen müssen voneinander ferngehalten werden, weil sie selbst es von sich aus nicht tun. Das habe ich von Anfang an hier seit Wochen, seit mit Corona es losging, hier gepredigt und gesagt, wir sind so mit unseren Freiheitsgedanken und unserem ganzen Zeug vollgeladen, dass wir schlichtweg nicht in der Lage sind, selbstständig ohne Einschränkung jetzt darauf zu reagieren. Und Sie wissen, ich bin sonst absolut gegen jede freiheitsbeschränkende Gesetzgebung und kritisiere seit vielen, vielen Jahren, dass wir immer mehr Freiheitsrechte beschränken und aber keine neu eröffnen. Ja, aber hier an dieser Stelle, da muss die Gemeinheit, die Allgemeinheit, die gemeine Allgemeinheit, muss vor den Einzelnen geschützt werden. Und damit letztlich der Einzelne auch vor sich selbst. Ja, das ist ein, also ich verstehe es nicht. Ich kapiere es nicht. Erklär mir ein Mensch bitte, wozu wir Politiker haben, wenn sie das nicht auf die Reihe bekommen. Danke für die Aufmerksamkeit. Und sorry, dass ich mir gerade so, ich mache noch ein Video, wo ich mich richtig auskotze darüber. Hier, obwohl es ein Nurkanal ist, ist mir egal. Ich mache noch so ein Video und wer keine Lust hat, der muss sich das nicht angucken. Ja, aber ich finde es wirklich eine bodenlose Unverschämtheit. Und hier gibt es so ein, ach, jetzt kann ich ja nicht mehr aufhören. Ja, aber ich muss jetzt noch erzählen. Ja, hier gibt es ja, hier kursieren ja Sachen von diesem, von diesem Dr. Woda, von dem SPD-Abgeordneten, der da aus Griechenland da sein Video macht und erzählt, wie doof die ganzen anderen Virologen sind. Und das hoffentlich finden sich pfiffige Rechtsanwälte, die die dann später, die Politiker, die das jetzt hier veranstalten, verklagen. Nee, ich sage es andersrum. Ich sage es ganz andersrum. Es werden Rechtsanwälte sich finden, die Politiker, die ihre Verantwortung nicht wahrgenommen haben, verklagen werden, beziehungsweise die Bundesrepublik verklagen werden, womit auf uns Schadensersatzansprüche in großer Höhe zukommen werden, weil das, was die Politik macht, erkennbar nicht ausreicht. Es sind Länder überrascht worden, überrumpelt worden. Die wurden kritisiert. Auf China zu zeigen und zu sagen, wie doof die Chinesen alle sind und wie schmutzig und was weiß ich alles und kriegen sie eh nicht im Begriff. Und auf Italien zu zeigen und das marode Gesundheitssystem, das ist die eine Seite. Aber hier ein funktionierendes System einfach nicht loszu, einmal nicht den Startknopf zu drücken, ist die andere Sache. Und das ist wirklich verwerflich, in hohem Maße. Wenn wir uns einfach klar machen müssen, diese Schäden, diese Einschränkungen, die kommen doch sowieso. Und je weniger wir jetzt hier durchinfizieren, umso eher könnten wir auch den Normalbetrieb wieder aufnehmen. Schlichte Mathematik, die noch dazu vorgeführt wird von anderen Ländern. Und egal, ob das stimmt in China, ob die jetzt einfach nicht mehr zählen oder ob die wirklich null Neuinfektionen haben, ist mir wurscht. Wir müssen es probieren. Und wir können aber nicht umgekehrt probieren, ob es vielleicht noch gut geht. Das machen wir jetzt schon seit Wochen. Das ist Blödsinn. So, jetzt aber. Ich habe fertig. Tschüssi Koski. Ach, abonniere Sie ruhig den Kanal. Und TikTok gucken wir uns und Instagram mit kurzen Knackchen. Nicht so langen Schwafel-Videos wie hier. Ciao. Tschüssi Koski. Tschüssi Koski. Tschüssi Koski. Tschüssi Koski. Tschüssi Koski. Tschüssi Koski. Vielen Dank.